In Afrika zum Beispiel, wenn man unerklärt stirbt, die Person wird auch geholfen. In Afrika zum Beispiel, die Person wird geholfen, die Person wird geholfen, die Person wird geholfen. Warum hast du diesen Formen festgestellt? Warum ist es nur ein Fremden? Warum ist es ein Festivale, wo Menschen aus verschiedenen Gemeinden kommen? Warum ist diese Kultur? Wie ist es? 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 ₑ Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020